Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Für mich geht es heute mit zwei Freundinnen auf die Toxicator und ich freue mich schon mega, wie man nämlich hier sehen kann. Das ist meine dritte Toxicator. Ich habe sogar da und da. Ah, hier sind es sogar die letzten Bändchen und ich freue mich unglaublich, weil die Toxie ist eigentlich das einzige Hardcore Festival hier in der Nähe von mir, wo ich einfach in ungefähr 40 Minuten da sein kann. Deswegen freue ich mich mega und warte wirklich schon so lange. Ich sitze die ganze Zeit hier rum und will endlich losfahren und ich freue mich und melde mich dann auf jeden Fall später wieder. Wir sind jetzt da und die Becher leuchten einfach. Der leuchtet gelb. So cool. So cool. Yay. So, ich gehe mal kurz rüber, hier ist Hardcore. Da sind so Städte und hier ist Hardcore. Hier sind noch ganz, 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 ganz viele Städte. Da ist die Julia. Und hier haben wir die Toxie gemacht. Und ja, so sieht das hier aus. Und da ganz hinten ist Hardcore. Und jetzt wird gesoffen. Ja, wir wollen unseren geilen Leuchtwäscher. We will rise again. So, denkst du vielleicht, breiter Mensch? So, denkst du, gleich. Du sagst, du kriegst mich ein Lied für dich von 99, der Ballon? Das war es von Horst und bis bald. Okay? Neh, drei, drei, drei… Steht dann. SWow. Ey, was einfach so geil ist. Wir haben hier einfach so richtig riesige Spiegel. Jetzt sieht man mich, wie ich meine Schmuck muss. Und das ist eh das Team mit Klo bei Hartzechnung, wo einfach sieht man aus. Wir zwei sitzen gerade zwischen Hartzstein und Parkour. Ja, wir machen gerade Pause. Wir haben uns hart eine Sitzparte gekämpft und haben richtig schöne Bilder gemacht. Sehr schön, richtig. Und ich will mich irgendwann später nochmal. Prost! Prost! Ja, 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 ja! Wir haben uns wieder gefunden und wir haben wieder Pizza, Salami und Margarita und wir haben die Bosi mal irgendwie verloren. Und jetzt haben wir uns wieder gefunden. Ohne Scheiß, wir wollten Pizza holen, wir sind einfach am Pizzastatt. Schicksal. Das heißt Schicksal. Ja. Julia, schmeckt gut? Schmeckt gut. Ich sage Pippa. Du sage Party. Pippa, Pippa. Party, Party. Ich sage Disco, du sage Party. Party, Party. Party, Party. Party, 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 Party. Party, Party! Der geht aber ab hier, der geht auch ab. Geil. Junge. Oh mein Gott, jetzt geht er ab. Das hat er aufgehört. Wir haben uns irgendwie geschafft, dass wir Backseat gekommen sind. Alles schön warm. Auf jeden Fall Lenk. Wenn wir jetzt endlich mal sehen. Sehr cool bei Hardcore. Ne, Julia hat chillen auf einem Knochen. Ja, meine Brüche sind voll weg von dem Schiffen. Ich hab einen großen Limon. Was da eigentlich zum heutigen Abend. Ja, auf jeden Fall, ähm, Du darfst ja schon werden, oder? Ein Abstander werden. Was ne Aussage. Ja, es ist sehr cool. Wupp, wupp. 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 Ich bin ein Biss do I die. 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 Na man auflegen, der Krim auf der Buss! Der Massen, und dann auf der Explosiven aus. Das kann Grimp! Unser Panaf! Der Name für den Weg ist es! Panaf! 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 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 7, 8, 9 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 10, 11 11, 12 11, 12 12 12 12 15 16 ein sehr großer Erfolg und ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Events von iMotion und ja, hat wirklich einen wundervollen Abend, habe auch so viele coole Leute kennengelernt oder wieder getroffen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrungen erzählen, wie es für euch war, wie ihr es fandet und mir gerne eine Bewertung und konstruktive Kritik da lassen, wenn ihr welche habt. Also, ciao!